der meinte als sie alle hochgegangen seid jetzt ist die chance wir wegrennen können und dann haben wir gesagt lieber nicht wir wollen nicht sterben und er ist losgerannt alles alles deswegen so soll ich sagen einfach die sind kommen meine fertig ich weiß nicht genau ob wir hier noch ein problem haben oder nicht aber eine geisel ist verschwunden die jungs haben was leider egal entweder ist hier noch im gebäude oder ist aus der tür gelaufen scheißegal ist egal wenn wir noch fünf haben oder der ist eigentlich egal egal wenn wir fünf laufen aber wir haben noch fünf stück haben noch fünf stück okay eine brauche ich jetzt dafür dafür ist der heli komplett abgezogen und der geht uns nicht mehr auf den sack okay sollte er ist komplett weg die weiber zum schluss okay springen ok jo fuck homies wer von euch will zuerst gehen es sollte eigentlich schnell gehen jetzt ja hast du ein bisschen cash für mich man ja easy machen wir wir haben das noch nicht bekommen man was geht denn los jetzt jetzt komm hoch ich bin wieder da alles gut wenn du willst komm später zu dem platz man ja das kann ich komme rein ja mein mann ja warte noch homie du gehst jetzt mit ihm mit ok das ist alex ja das ist gut dass wir nicht den namen kommt man nämlich nicht schreiben komm mit alter mann seid ihr idioten mann verdammte scheiße die geile ist wieder abgehauen als auch was macht ihr alle niemals homie mann hier ist keinem abgehauen da ist niemand abgehauen da sind noch zwei ja ich habe gerade einen nach vorne gebracht man einen hat er nach draußen gebracht oh mein gott ey der sagt der ist abgehauen nein homie nein hier ist keiner abgehauen was für abgehauen mr schneebahn ist abgehauen mehr nicht alles entspannen bestimmt schon von zehn minuten oder alles gut nicht durch den hintereingang raus mach die kopf ein bisschen nervös kollega mit wie war dein name nochmal hasch man hasch hasch hast du mir bitte eingefallen bruder stell dich hier so an die türe das kann genau dass keiner mehr abhaut wenn einer abhaut ein übern döds okay man ja 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 habe ich mir schon gedacht er hat ein haare sehen so ähnlich auch ja man alles gut danke dir olaf komm mal her wenn die kopf kommen falls sie mal eine schießerei bei der staatsbank haben ja die diesen spot jahren alles okay man alles gut und das ist nicht so ein guter spot bruder komm doch mal mit komm doch mal mit bruder guck mal hier guck mal hier jo alex sag mir wenn ich den nächste bringen soll ok man fuck ja ja entspannen schön entspannen alles in vier ach drittis ich muss morgen früh aufstehen dann kann man tatsächlich baseball spielen ich gehe abholen und warte mal ich habe sowas krasses vorbereitet ja ich habe ich auch nicht gefragt führerschein ja habe ich gemacht nein komm herr was brauchst du denn mila was ich würde auch was nehmen mila mila ist das gleiche mann dann geht mir das wasser jetzt wieder zurück da habe ich keinen bock drauf was denn jetzt ein problem baby muss man ganz kurz mitkommen kann hier alex warte mal ja was ist dann ja keiner darf hoch in das zimmer wo wir gerade waren ja warum ich muss mal ganz gut zwischen sagt kommt baby ja ich habe nichts mehr zu trinken ich habe nur noch zwei cola die brauche ich selber ja so ein ananas saft oder so wie viele geisel haben wir jetzt noch insgesamt vier stück vier stück okay passt auf ich habe jetzt ich habe jetzt ausgehandelt das schnellste fahrzeug der bundeswehr kriegen wir gleich als fluchtwagen nice man das ist dieser hübsche bmw den werden sie uns doch niemals geben oder den geben sie den geben sie uns dafür ich habe versucht dafür nur eine geisel raus zu geben sie sagen okay sie lassen sich auf den deal ein aber dafür wollen sie zwei dann heißt sie kriegen jetzt zwei für den fluchtwagen er soll vollgetankt sein unbeschädigt sein es gibt aber ein problem dafür dafür kriegen sie zwei geisel dann haben wir noch zwei für eine fordern wir geld und die andere nutzen wir dafür um hier weg zu kommen aber wir sind zu fünft das wollte ich gerade sagen man das ist kein problem das ist kein problem auch der wagen passen fünf leute nein 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 daran habe ich auch gedacht ihr verschwindet mit dem bundeswehrwagen ich komme hier schon alleine weg ich habe mich keine sorgen ich kann mir auch schon vorstellen wie ich kann mir auch schon vorstellen wie ich auch man durchschaubar wie klarsichtfolie ich komme mir schon durch durch das klo mhm 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 bring mir mal zwei nach oben hier ok mach ja warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal mhm 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 Nein, nicht traurig sein. Komm her, darf ich dich mal drücken? Will dich mal um, bitte. Nein, Mann, ich bin ein 30er, Mann. Nein, ich wollte das nicht. Komm zu mir, ich habe das nicht gesagt. Sie drückt dich ein bisschen. Ich stehe auf Männer, Mann. Lass mich in Ruhe, Mann. Beide Geiseln kommen wieder mit mir. Alle vier Geiseln, meine ich. Fünf Geiseln, so mit. Wir stellen euch alle hier an die Holzwand. Da. Ich muss irgendwas erfinden auf Druck. Ich muss sagen, ich stehe auf Männer. Und jetzt sehe ich auf, dass die Weiber ihre Flamonten ausziehen. Du Einwegschlüpfer. Vergessen. Alex, nein. Oh, Entschuldigung. Ja, hallo? Kann ich mal für mich, Anna? Ihr seid doch unsere Geiseln. Also, ich glaube, sie macht es, weil sie ist ein bisschen verliebt. Auf die Weiber-Scheiß-Armee, kein Bock. Die bringt nur Kopfschmerz, Maul halten, Mann. Weiberkacke. Ich ziehe mich trotzdem nicht aus. Ja, ich kläre das kurz. Äh, gut, Alter. Alles. Alles. Heute Nacht auf Couch schlafen, Adreris. Alles. Komm hoch. Du musst wie die anderen Geiseln aussehen. Ja, stimmt. Baby, nimm dein Oberteil einfach ab, ja? Zeig doch mal ein bisschen. Gönn den Jungs doch mal. Geh, ich nicht, wir gönnen, Baby, ja? Ich kann da nicht zugucken, Mann, fuck. Ernst? Ja, aber ey. Ey, du sollst weitererzählen. Ja, okay. Ähm, wo habe ich denn aufgehört? Aber nach, wenn das nicht zu Ende ist, ja? Ich muss mal einen Blick senken, ja, Adreris. Wir sind ein bisschen auf Boden gucken. Oh, fuck. Was riecht hier so, Mann? Das ist ja alte Oma-Hosen, Mann. Das ist ja widerwärtig. Muss ich mal genauer untersuchen. Guck mal, der, guck mal. Mit deinem Willen, Digga. Mit so einem Schaden, Digga. Jo, Alex, Mann, wie ist die Aussicht, Mann? Wo weiß ich das alles, Mann? Herzhaft. Nicht so gut. Ach so. Ey, Olaf, äh, Alex. Ich bin Alex, Siehe. Ey, ey, ich wäre es Olaf, Digga, äh? Wir haben ja einen Meeresbiologen, Mann. Er redet die ganze Zeit über seine Scheiß Fische. Erzähl mal. Ich habe nicht überstanden, ich habe nur einen Fakt über Angler Fischer erzählt. Ey, okay, dann sag mal. Kennst du schon mal Feuerstachel, Digga? Nee. Ah, okay. Okay, aber du. Fakt über Asga, ja. Ja, sag mal. Okay, also Asga, ja. Kennt ihr ja bestimmt. Die haben ja keine Federn am Kopf. Wisst ihr, warum sie keine Federn am Kopf haben? Weil... Ey, Hagrid, komm mal mit. Weil sie ja bei den Leichen oder beim Ars anfangen, die Tiere von innen zu essen, indem sie mit dem Kopf durch den Anus in das Tier eindringen. Weil das der weicheste Punkt ist am Körper. Fuck, der stimmt seinen Kopf in den Ars, Mann. Dann werden die quasi von innen aufgegessen, der Ars. Kommst du mal mit? Und den Kot, den die dabei an ihrem Kopf kriegen, benutzen sie, um in der Hitze der Wüste sich abzukühlen. Deswegen haben Asga ja keine Federn am Kopf. Also heißt das praktisch, die gehen mit dem Kopf in den Arsch, dann haben die Scheiße am Kopf und darum wollen da keine Federn wachsen. Genau. Das hat die Evolution so gemacht, weil sich dadurch zu viel... Hey, vorgeschissene Hose und Backstreetboy, komm mit. Hier stehen bleiben, hier stehen bleiben. Hier drin, hier drin, halt. Ja, was mit denen? Aber ich werde definitiv beim nächsten Raub nicht mehr dabei sein. Ja. Das war's. Sind eure Gefühle verletzt, Mann? Nee, also weißt du, ich bin echt immer so korrekt mit Marcel und hab jetzt echt schon was... Also auch schon mal sozusagen die Geißelrolle übernommen. Aber das, was heute ist, finde ich... Okay, warte. Ich will Ihnen erklären das. Nee, das interessiert mich nicht. Diplomatisch. Dass er dann quasi sich von Olaf überreden lässt, dass wir uns vor allem ausziehen, weißt du? Das ist nicht korrekt. Was ich und er mache, das ist ein anderes Ding, aber verstehst du mich? Das interessiert mich nicht, weil wir haben heute eine Geißel bekommen, ohne eine Waffe, ja? Ohne eine Waffe. Und das musst du mal können. Ey, ich hab nicht mal eine Waffe. Ja, eben. Ich auch nicht. Nichts, gar nichts. Und wir hatten sogar ein Auto von den Crips oder von den Hustlers. Das hatten wir auch noch, ja? Und wir waren nicht mal bewaffnet. Ich gebe mir hier so die Mühe für Marcel, ja? Wenn ich ihn unterstütze, in dem, was er macht. Und dann zieht er hier die ganze Scheiße ab. Und immer wieder muss ich Geißel sein, weißt du? Ich hab darauf einfach keinen Bock mehr. Da soll sich einfach jemanden anderen suchen. Erzähl weiter, Mann. Ja, nee. Ich hab jetzt genug geredet. Sorry. Ich ruf ihn jetzt und wir reden, Mann. Nee, es ist raub. Warte. Es ist raub. Es ist zu viel reden. Ja, was erzählt, Mann. Ja, die haben beschissene Augen, die Nilpferde. Die können grad mal 20 Meter weit sehen. Danach ist alles verschwommen. Ja, boah, weiß er sowas, Harsch? Homie, der hat zu viel Discovery Channel geguckt, Mann. Fuck. Ja, ja, Homie, Mann. Hm? Wie groß ist der Penis von einem Blauwal, Mann? Äh, zwischen drei und vier Meter. Verdammt, Mann. Wusstest du, dass bei der Ejakulation ein Blauwal drei ganze Badewannen füllen kann? Fuck, Mann. Homie, geht's dir gut, Mann? Verdammt, Mann. Wo warst du so Scheiße? Wie gesagt, ich guck mir auf YouTube. Da gibt's einen super Kanal, den guck ich mir gerne an für Tierfakten. Sehr unterhaltsam. Hood Nature. Okay. Hood Nature, okay, Mann. Fuck. Fuck, Mann. Könnte sein Hund theoretisch mit einer Kröte treiben, Mann? Jo, äh, super bei einer. Ich glaube, das ist logistisch nicht wirklich möglich. Verdammt, Mann. Fuck. Weil Herr Hort sieht ziemlich nach einer Hund und einer Kröte aus, Mann. Fuck, Mann. Wer? Kenn ich nicht, sorry. So ein Typ bei der Bundeswehr, Mann. Ah, okay. Fuck, Mann, Homie. Ja, Mann, Mann, Mann. Du hast nicht nur auf die Reifen, Mann. Du hast nur den Reifen alles geklärt. Sag mir Bescheid, falls du noch einen Fakt hast, Mann. Okay, ich überlege. Ey, yo, yo, yo. Hastisch, gib mal was zu trinken, Mann. Yo, 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 Homie. Ich muss eh mit dir reden, Mann. Fuck. Yo, erzähl. Es gibt ein Problem, Mann. Ja? Du musst mitkommen. Wieso? Was ist los, Digga? Es ist ein dringendes Problem. Vertrau mir einfach. Erzähl, erzähl mir, Digga. Homie, deine Perle will mit dir Schluss machen, Mann. Ehrlich? Yo, Homie, Mann. Wo ist die, Digga? Komm mit, Mann. Die waren richtig abgefuckt. Ich habe sie noch versucht. Ich habe ihr gesagt, dass du sie über alles liebst, dass du mir das gesagt hast. Wo ist sie, Digga? Ich weiß nicht. Sie standen gerade hier und der hat keinen Bock mehr auf dich. Und ich habe gesagt, er liebt dich und so. Hier ist sie. Was soll das, eh? Wie, du willst mit mir Schluss machen? Ist das dein Ernst? Wartet, wartet, Mann. Ich führte jetzt ein Gespräch diplomatisch, Mann. Nee, kein Bock mehr. Arschig. Halt mal die Schau zu, Digga. Halt mal die Schau zu, Digga. Wartet, du hast mir doch gesagt, dass du sie über alles liebst. Ich will das von ihr hören, Digga. Okay, Mann. Ist das dein Ernst, dass du mit mir Schluss machen willst, eh? Also, Punkt 1. Ja? Noch habe ich gar nichts gesagt, ja? Dass ich dich verlasse. Punkt 2. Ich muss da einfach mal mit jemandem reden, okay? Ja? Und Punkt 3 ist, ähm... Es gibt keinen Punkt 3. Marcel, sag, dass du sie über alles, Mann. Nee, ich sage sie, wie es ist, Digga. Du bist undankbar. Du bist eine undankbare Bitch. Bitte was? Das sage ich dir in deinen Augen, Mann. Marcel, Mann. Ich habe dich geliebt, Mann, weißt du? Ich hätte dir alle Türen aufgewandt. Und ich habe dich geliebt, Mann. ich bin fertig mit der wenn du willst kannst du sie ficken aber ich habe ihr erzählt dass du mir gesagt hast dass du sie über alles liebst mal ein volk und dass es dieses mal einfach scheiß auf die fahrze hat er wenigstens richtig zugehört hast du ihm die sache noch mal richtig erklärt er ist gleich immer auf 180 und sagt dann gleich ich bin der bitch und so obwohl ich ihn so unterstützt habe aber das ist das ist alles nur wegen dir ich habe gesagt zu dir höhe auf man ich habe schluss was sagt sie ist mir scheiße die kleine ich scheiße ja bruder geh fragt sie doch selber wo sind die bittes mal und jungs hier war gerade ein drama ihr wisst ja ja warte mal marcel wurde jetzt schon nicht mit zusammen ist weiß ich meine ich kannte sie ja vorher schon gut also ich habe es verpasst man folgen sind wir sind abgauern niemals deine bittes abgauern was machst du vollidiot verdammt man ich habe dir gesagt warum habe ich immer das gefühl dass ich daran schuld bin wir haben keine geiseln mehr wir haben keine fake als wir kommen wegen die jetzt nicht mehr wenn ich raus weißt du das wo bist du komm wieder zurück ich liebe dich baby ich liebe dich es tut mir leid nein leid leid Baby, komm, bitte schon.